Moin moin! Willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Kakarot. Hier sind wir als Piccolo. Ich gucke mal auf die Map. Nebenmissionen gibt es keine. Deswegen gehen wir gleich zur Hauptquest rüber. Und gucken mal, wie so ein Gohan sich so schlägt in seinem Training. Red Ribbon Armee. Roboter. Okay, die müssen wir noch fertig machen. Zack, zack, zack. Oh, die Bäume sehe ich nichts. Wir machen Ölspirale. Ausgewiesen, ja. Nummer 1. Ausschlag. Ich will das wieder aufladen. Ölspirale. Ölspirale. Auf zu den nächsten. Die mache ich alle fertig. Ölspirale. Ölspirale. ausgelöscht der sofort explodiert er wollen neue grüne murmeln ich brauche es geht jetzt erst mal zu dem letzten drei während ging es ist schon manchmal richtig nervig aber wer hat es hat man gesehen auch einzelner gegner kann nicht auch sein es gerade ausgewiesen dann ebenso alle besiegt das gefällt mir gar nicht hellspirale ok der haut ordentlich rein der wird weg gelasert erstmal aufladen diese werfen sind extrem stark den mach ich fertig okay ist bockig jawohl 2000 mummeln geile es ist ein bisschen älter der bestimmte essen für mich im ganzen game geht es irgendwie nur um essen es geht nur um essen zack die moment und das letzte immer schönes material mitnehmen was man finden kann auf zu jajirobi der macht mir jetzt was zu essen los mal foto die marke jajirobi am start der hat hier dieses hintere am meisten abenteuer community anführer ist auch okay dann stand mir aufs maul krieg doch volle power laser das ist keine chance gegen piccolo da hat er mich erwischt das hat eine ganz schöne reichweite dieses diese energiewelle wollen das und höllspirale ausgewiesen kiko kanone da gibt es keine chance ausgelöscht heute in jahren ist ein z-camp heute können wir bei z reinpacken schau so was möchtest du noch mal auf die fresse alle beide diesmal alle beide diesmal der dudon gemacht die fresse die fresse die fälle die fälle die fälle Pauschark! Scheiß Dodon! Schausugi kacken! Okay, das ist ganz schön nervig, wenn diese kleine Ratte da noch mitmacht. Nöööööohgh Oh, jetzt bist nur noch du da! Du hast keine Verteidigung, du kackst mega schnell, Ache. Ich mache dich alle! Du hast alles gelöscht. Jawoll. Auf zum nächsten... Och nö... Nicht am Schuhu. Ja 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 ja... Hey devon, kriege rein? I don't remember you. Scheiß Geisterball. Da konnte ich nicht mehr blocken. Scheiß Geisterball. Ich bin die Fresse. Ja, ich bin die größte Ausforsuchung, würde ich sagen. Das ist ja der, der sofort abkackt, wenn die Pflanzen dann noch kommen. Los geht's, Krillin. In die Fresse. Für Krillin mache ich volle Power. Ich kann mich an die Haare unterbrochen. Uh, da hat er mich erwischt in meinem Dodge. Der ganze Fels ist kaputt gegangen. Jawoll, die Fresse. Krillin. Hast du Pech? Krillin. Hast du Pech? Krillin. 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 Krillin hat auch keine Chance. Ich glaube, ihr habt das richtig ausprobiert. Aber krillin sind irgendwie immer noch stärker, als wir haben Chuu und Tenshinaten. Wirst du schon wieder fressen? Was soll ich mir die machen? Die verkloppen? Fangen als Piccolo 6 Hirsche Warum sollte ich das machen? Der will schon wieder nur fressen Der scheiß Jashirogi Hier war doch noch einer Da sind doch welche Zack Zack Ist abgehauen Das nehmen wir aus von mit Da ist er Er guckt gegen die Wand Da ist er nicht kämpfen will Er wollte nur fressen Oh Meister Kajo Okay jetzt sind wir zu Goku Beim Meister Kajo Wo wohnt eine Katze am liebsten im Mietshaus Das machen wir auch Jawohl die bringen wir zum Lachen Mit dummen beschissenen Witzen Perfekt Das war es aber für heute Wir haben gut trainiert Mit Piccolo Das sollte heute erstmal reichen Schaut auch gerne bei den anderen Videos von Kakarot vorbei Lasst ein Like Oder wenn ihr mehr sehen wollt Bis dahin Entspannend Tag Bis zum nächsten Mal Ciao Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal